Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. So meine Damen und Herren und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omzi 2, dem Omnibus Simulator. Und damit ganz herzlich willkommen zurück heute von der Karte Städtedreieck 21. Eine Karte, die wir schon sehr oft gefahren sind und die abgesagt, zeig unbedingt mal den Schienenersatzverkehr auf dieser Karte. Der über ein Chrono-Event hier auch mitgeliefert wird. Ich bin der Meinung gewesen, wir hatten den schon mal vorgestellt. Nein, hatten wir nicht auf YouTube. Aber ich glaube, wir sind den schon mal im Livestream gefahren. Das ist schon eine Weile her. Jetzt gerne nochmal als Video verpackt. Und zwar stehen wir hier am Hauptbahnhof. Ne, wir fahren zum Hauptbahnhof. Wir stehen am Nordbahnhof, so rum. Genau, mit unserem Facelift-Gelenkbus. Einen Bus, den hab ich mal... Oh, ich bin auf den Dachboden gegangen. Also der war noch ganz tief in der Ecke. Da war das eingestaubt, versteckt, ja. Also aus 2018 ein rohes Facelift-Gelenkbus. Den hab ich damals mal privat zugeschickt bekommen von einem gewissen Leon. Könnt ihr euch gerne mal das Video von damals nochmal anschauen. Und ja, das ist ein privater Bus, also da gar nicht fragen. Aber der passt ja ganz gut hin halt, ne. Hat auch schöne Repaints. Ja, und wir fahren die Linie RB51. Also es sind zwei verschiedene Ersatzverkehre, die man fahren kann. Einmal Nordbahnhof bis Sissetsforst und einmal Nordbahnhof bis Kreuzing. Ganz interessant ist das auch mit einem Dienstplansystem. Ja, es werden ja verschiedene Dienstpläne, die erstellt wurden, auch mittig für diese Karte. Und wenn ich gut bin, werde ich das jetzt mal einblenden. Und dann könnt ihr mal auf Stop drücken und euch den Dienstplan soweit anschauen. Also der Ersatzverkehr findet mehr oder weniger über den gesamten Tag statt. Und das wurde also als ein schöner geteilter Dienst gebaut. Das heißt also, der Fahrer fährt vormittags, macht mittags Pause, fährt nach Hause und kommt dann nochmal wieder zum Arbeiten, weil es so schön ist. Und das Krono-Event findet statt im Sommer 2022. Könnte ein entsprechendes Datum auswählen. Und es wird gesagt, zwischen Griesbach und Sissetsforst wird an der Strecke gebaut. Die Linie RB51 wird während der Sommerferien vom Nordbahnhof bis Sissetsforst durch Busse ersetzt. Zudem kann die Linie RE17 aufgrund von Brückenarbeiten an der Umgehungsbahn nicht zum Nordbahnhof fahren. Die Linie wird zum Hauptbahnhof umgeleitet, wird sich verkehrt an SEV von Kreuzing zum Nordbahnhof. Ja, das schauen wir uns heute mal an. Ein einziger Kurs wird von der ROGES selber bewahren. Der Rest wird alle der Subunternehmer. Hier hält man es mal wieder. So, hier braucht er bloß entsprechend Ziel 400 eingeben. Zack. Wir machen das aber schön. RB51 und machen dann nochmal Ziel 400. So, das heißt, de facto auch kein Ansagen. Brauchen wir nicht. Die Leute sehen schon, wo sie raus müssen. Und ihr seht, ich habe auch mir die Navigation mal wieder zum Laufen gekriegt. Ein Wunder ist hier schön. So, hier schön mit ZF-Vertriebe. Über das Auxi können wir uns ein bisschen den Fahrersitz noch einstellen, wenn wir denn möchten. Aber beim Facelift geht das immer. So, genau. Machen wir uns aber ein bisschen angenehm hier. Ach, Vorratsdruck will er noch. Na gut, sollst du es hier kriegen. Und dann legen wir los am Bussteig 6. So, das hier. Ja, der steht hier komischerweise dann nicht mehr dran, ne? Ich habe mal ein anderes Wetter ausgewählt hier. Hier auch noch schön mit den alten Sitzbezügen von Rogis. Bei den C2s hat man ja diese blauen drin, ne? So, dann gucken wir mal. Der passt hier halt super hin in der Bus, ne? Deswegen habe ich den mal ausgewählt. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dass wir den RE17 SEV nach Kreuzingbahnhof auch noch fahren. Maschinenansatzverkehr machen wir ja nicht allzu oft hier auf dem Kanal. So, die Leute werden alle noch im Zug sitzen. Die kommen bestimmt gleich alle an den Hofen. So, da ist er. Unser schöner schiener Ersatzverkehr. Und wir spulen die Zeit vor. Auch wir haben ja keiner mit. Oh, nicht schlecht. Ach, der hat schon... Ach, der hat schon Griesbach drinne. Mist, 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 Mist. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir halt eine Fahrt später. Hier seht ihr es nochmal, ne? TL-Tours und dann gibt es uns. Ne, wir machen das... Ach, Mann. So, nochmal. Schöner Ersatzverkehr, Gelenkbus und dann vom Nordbahnhof 36, genau. Der hat schon weitergeschaltet. Okay, okay, okay. Ja, jetzt wollen sie mit. Kommt drin, hier. Ja, guten Tag hier. Ich bin heute der Schaffner hier. Ja, das ist ja auch kein Zucht. Das ist ein Schiener Ersatzverkehr. Da kannst du ja keinen hohen Anspruch haben, Freundin. Ach, hinten drin. Na gut. Könnt ihr meinetwegen auch machen. Hier das? Eigentlich habe ich die Freigabe drin gemacht. Hm. Na denn nicht. So, Abfahrt. Up the page. Also offensichtlich werden hier nur die Früh- und Nachmittagsspitzen gefahren. Ah, ich habe auch noch einen Sonntag ausgewählt. Na toll. Ich habe einen Sonntag ausgewählt. Sonntag morgens ist natürlich nicht viel los. Ja, ohne Omni-Navigation geht es leider nicht. Also Hilfsfeile sind hier nicht mitgeliefert. Ihr könnt euch natürlich hier in diese Vorwegweise halten. Also hier steht dann zum Beispiel Griesbach geradeaus. Das würde in dem Falle stimmen. Aber Hauptsache, die Leute wollen hier nicht mitfahren. Ich weiß allerdings nicht, ob man sich tatsächlich noch irgendwie nervös ist. Webdisk oder so noch weitere Schienersatzwerke herunterladen kann. Auf jeden Fall sind die standardmäßig dabei bei Städte 3K21. Das ist halt ohne Karte, die ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, ein Mod habe ich gesehen in der Webdisk, wo man sich Schienersatzwerke her noch zusätzlich herunterladen könnte. Aber das Ganze hat ja hier alles so ein bisschen ein Konzept. Ansonsten dürft ihr gerne wieder in die Kommentare schreiben, welche Karten, die wir noch nicht so vorgestellt haben, könnte ich dann mal wieder präsentieren für euch. Würde mich mal interessieren, ob ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt. Jetzt kommt es nicht wieder mit irgendwelchen Karten, die wir schon gefahren sind. Aber ich weiß, momentan ist es wieder sehr, sehr ruhig. Wir hatten jetzt mit Ewa Swalder wieder eine Karte. Die habe ich euch vorgestellt. Die war jetzt auch nicht so dolle. Das war tatsächlich dann aber auch das Einzige, was in letzter Zeit rausgekommen ist. Traurig aber wahr. Warum fahren wir denn hier über die scheiß Klinik noch rüber? Was soll ein Ditte? Wer hat sich ein Ditte ausgedacht? Könnte man da nicht links abbiegen? Ne, wir kamen von hier, ne? Hä, natürlich kann man doch hier links abbiegen. Das für einen Schwachsinn. Wer hat denn den Einsatzverkehr erstellt hier? Was ist denn das für ein Bullshit? Warum verheigt denn hier über die Tempo-10-Zone noch lang? Ihr seht das ja unten auf der Minimap. Wir hätten doch einfach links abbiegen können. Ich habe jetzt einen Denkfehler. Hier, denn die Troller ja noch, ihr... Gibt's doch ja, ne? Ja, und wie gesagt, also nach Eberswalde irgendwie so richtig ist jetzt hier nichts mehr rausgekommen. Ist echt sehr, sehr ruhig geworden. Hohenkirchen war jetzt das Set on. Ich glaube, da habt ihr dann aber auch genug Eindrücke bekommen. Und mich hat jetzt die Karte auch nicht unbedingt so gereizt, dass ich jetzt sage, jo. Ich nehme noch ein paar mehr Folgen auf. Fand ich einfach zu langweilig. Dann lieber hier Städte-Dreieck. Städte-Dreieck ist eine sehr abwechslungsreiche Karte. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kann ich auch jedem weiterempfehlen, der die benötigten Payware-Ad-Dons auch hat. Also extra dafür Payware-Ad-Dons kaufen. Höchstens für einen schmalen Thaler, aber da würde ich jetzt nicht extra Geld investieren. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Freeware-Karte, die ich persönlich, also auch privat, sehr, sehr oft fahre. Weil eben alle zu vertreten ist, ne? Stadtlinie, Überland und verschiedene Konzepte, Linienwechsel und so. Und da muss ein Zitao Facelift. Gut, also wenn ihr selber mal den Ersatzverkehr fahren solltet, dann könnt ihr da vorne gleich links abbiegen. Das schafft man auch. Bis da nur ein bisschen mehr Platz nehmen und dann kommt er da auch rum. Ja, Grießbach ist tatsächlich etwas, was mir nicht so gefällt an der Karte. Fahre ich nicht so gerne hin. Liegt daran, ihr seht es auch so ein bisschen auf der Minimap unten, dass man sehr, sehr viele unnötige Schleifen fährt, ne? Weil die Verkehrsführung hier so mit Einbahnstraßen ist und so. Das nervt halt immer ein bisschen. Und dann ist es größter. Okay. Okay. Und das hat heute der C2, ne, was damals der Facelift war. Ja, auch total beschissene Stelle hier. Man sieht nämlich nicht, ob da mal einer kommt. So, jetzt sind wir deutlich zu früh in Griesbach. Also die Zeit ist offensichtlich sehr großzügig hier. Besteig 1 ist der große hier vorne. Achso, ach, guckt mal, da habt ihr auch... Die hab ich vorhin am Nordbahnhof nicht gesehen, diese Ersatzseitestellen-Schilder. Ne, da weiß man immer Bescheid, wo man anhalten muss. Okay. 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 Jetzt hat er da oben schon wieder weitergeschaltet, da müsst ihr echt aufpassen. Mensch, wo kommt ihr denn alle her hier? Morgen. Morgen. Guten Tag. Nun, warte mal, ich will ja mal gucken, ob der Zug auch fährt. Natürlich. Natürlich, wer hat die RB51, wenn Gina so Zweck her ist. Warum denn nicht? Wie ein Fahrschein. Wie... Musst du hier beim Schaffner? Keine Ahnung. Dankeschön. Wo soll's denn hingehen? Soll's noch nach Köln gehen? Soll's noch nach Hamburg gehen? Oder was? Ja, jetzt hat er weitergeschaltet. Na toll. Dann gilt es wieder als zu früh abgefahren. Jetzt hat er sich auch nicht wieder eingeloggt. Also 47 müssen wir los. So. Will aber keiner mit. Können wir ein bisschen später losfahren, ja. So. Ich glaube jeder, der die Karte auch schon ein paar Mal gefahren ist, wird die Ecken hier auch kennen. Also notfalls lässt sich das auch ohne Hilfspfeile fahren. Aber man braucht halt echt... So. 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 Stimmt nicht, Alter. Ist der Betriebshof? Das war früher mal Regioforster, glaube ich. Die gibt es gar nicht mehr. Müssen wir mal die Hilfsfälle kurz anmachen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Roges übernommen hat oder ob das TL-Tors jetzt ist. Oder eben Krögerreisen gibt es auch noch. Sondern ein dritter hier im Bunde. Also ein zweiter Subunternehmer. Das war früher immer Regioforster. Stellt direkt vor drei. Falls das nur einer kennt. Aber das schreit ja eigentlich, dass wir über Kaisertal fahren. Also so richtig sinnvoll ist das leider nicht. Also nächster Halt, ja hier, Krögerreis, Wallisstraße, Bahnhof. Anlagen gibt es ja hier nicht. Hier fährt man tatsächlich auch im Linienverkehr mit Schuppe-Lenkbussen lang. Ja, ist wirklich so. Was fährt denn hier lang? 32 nehme ich. Genau, die 32, die ballert hier tatsächlich planmäßig. Mit Gelenkbussen lang. Und dann geht's. Ja. Und dann geht's. Genau. Und dann geht's. Ja. Und dann geht's. Ja. Ja. Und dann geht's. Ja, ja. Aber so wie es aussieht, fahren wir nicht durch die Gasse mit Tempo 10. Die Kirchgasse. Da steht im Busbetriebssimulator auch immer ein Blitz. Achso, Freunde, ich habe euch ja noch gar nicht das Beste gezeigt. Ich habe euch ja noch gar nicht das Beste gezeigt. Ha! Jetzt, jetzt, passt auf. Ha! Das ist mal was, ne? Das ist mal was. Sieht auch schick aus, oder? Ich habe hier meinen persönlichen Namensschild, da fand ich damit schon so cool. Ja, und dann hatte ich ja irgendwann mal mein Umsehen neu aufgesetzt, dann waren die Busse alle weg und ich hatte mal nach einem Facelift wieder gesucht hier für die Karte und da habe ich den dann im Archiv gefunden. Also, da habe ich den Ruhiges Facelift gefunden. Ja, das ist auch nicht ganz ohne hier, war Manfred der Kekse, war, wie ich hier rumfahre? Also, das war früher nicht, dass man hier durch Geisertal, also Geisertal ist wirklich nur so eine Pissstraßen, da ist man früher nicht mit mir Lenkbus durchgefahren. Mittlerweile soll man das hier. Vor allem kommen hier auch Autos entgegen, ja? So, und jetzt dürfen wir wieder runter. Ja, weil leider die Karte auch dahingehend nicht ausgebaut ist, ne? Dass man hier irgendwie große Schnellstraßen hat oder so. Also muss man sich halt immer an diesen vorhandenen Nienenwegen entlanghangeln. Das Sound ist übrigens auch sehr schön. Gefällt mir. So, was steht hier? 80. Oh, jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben, ja. Beschleunigung passt auch. Jetzt fahren wir hier wie diese eine Regelbuslinie, die dann Richtung Sissitz-Forst-Busbahnhof fährt. Und mittlerweile gibt es ja da auch eine zum Hauptbahnhof vom Kaisertal. Das ist wieder so ein Kevin-Objekt hier, spiegelverkehrt. Na, wie sieht's hier aus, hier fährt sie auch wahr, ja. Hier fährt die RB51 auch. Warum machen wir den Schienenansatzwerk her, wenn du zum Nordbahnhof um mit der Bahn kommst? Ja, das hätte man natürlich beachten müssen, dass man dann da halt... Das ist ja nicht schwer, dass man im Editor dann die Bahn entsprechend rausnimmt. So, und das ist jetzt vor dem Hauptbahnhof. Da gibt's eine kleine Überraschung. Fangen wir noch fünf Minuten? Okay. Ähm, da gibt's eine kleine Überraschung. Normalerweise habt ihr ja diesen Bahnhofsvorplatz mit diesen zwei Häfen und diesen riesigen Pausenplatz. Wo ihr dort anhaltet, das ist jetzt in diesem Fall nicht so. Halten wir nämlich auf der anderen Seite, da wo auch der Taxistand sonst ist. Also seht ihr dahingehend auch mal was Neues. Das finde ich nämlich das Coole an dem Ersatzverkehr hier, dass da aber auch mal was anderes ist. Also dass man nicht nur an den gleichen Heitestellen wie immer hält, sondern da ist jetzt tatsächlich eine neue Anrichtung von der Heitestelle. Lasst euch überraschen, wie gesagt, wir sind denn damals schon mal gefahren. Von daher weiß ich das noch. Aber vom Chrono-Ordner her findet der Ersatzverkehr tatsächlich nur im Jahre 2022 statt. Deswegen steht da auch hinter, das ist jetzt vor dem Hauptbahnhof noch Park & Ride. Weil der auf der anderen Seite hält und nicht dort, wo die anderen Busse halten. Weil sonst wird es halt einfach zu voll dort, ne? Das wird sonst einfach viel zu voll an dem Busbahnhof. Also wenn wir da vorne jetzt links abhängen würden, dann würden wir da vorne links abhängen würden, dann würden wir da vorne links abhängen. Also wenn wir jetzt zum Sissitz-Forster-Busbahnhof kommen. Wir fahren jetzt aber zum Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt zum Sissitz-Forster-Busbahnhof. So, dann können wir gleich mal gucken, was hier hält. Genau, diese R54, diese neue, da habe ich mich schon ein paar Mal vertan mit. Die fährt nämlich zum Hauptbahnhof. Und nicht zum Busbahnhof. Und ich bin mit der schon am Busbahnhof losgefahren. Und habe mich dann gewundert, warum alles nicht in den Ort. So, ey, wieder so eine Pissstraße hier, hallo. Also, die Leute werden sich hier hochfreuen, das wird auch einmal der Bus. Hier ist auch kein Park-and-Wide ausgeschildert. Ah ja, da sind wir, genau. Ja, und da kommt man tatsächlich nicht rüber. Also da drüben halten ja sonst die Busse an, genau. Und das ist der Park-and-Wide-Platz, okay. Das sieht aber schön aus. Hier sitzt was Hauptbahnhof, haben sie noch angeschrieben. Sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Können wir hier nochmal ein kleines Foto machen. So, den Taxi-Stand, den haben sie jetzt hier freiräumen lassen. Ist so nicht ganz korrekt, ne? Also, theoretisch ist es immer nur als Taxi-Stand ausgewiesen. Denn die Taxen sind zwar verschwunden, aber rein rechtlich, rein rechtlich hätte man hier tatsächlich das Durch-Xen müssen oder die Schilder auch wegnehmen müssen mit dem Taxi-Stand, ne? Wie gesagt, normalerweise stehen hier die Taxen. So, Pause ist angesagt. Ja, und dann würde es in sieben Minuten wieder zurückgehen zum Nordbahnhof. Ich hoffe, dass euch der Schienersatzverkehr ein bisschen gefallen hat. Und wenn ihr, wie gesagt, den anderen noch sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich erstmal, gehabt euch wohl, macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.